Die R-Laser, over. Verstanden, 07. Wie finden wir Hassak? Er wird eine bewaffnete Wache haben. Kartellschutz. Es gibt viele Verstecke. Graves bietet luftnahe Unterstützung. Wir sichern die Gebäude. Stolten. Markierung setzen. Shadow 1, wir sind östlich der Anlage. Position markiert. Waffen ab. Bestätigt. TV, Verbündete sind mit IR-Laser markiert. Sichtkontakt bestätigen. Sicht bestätigt. 07, Markierung bestätigt. Shadow 1, Achtung. Hassan ist mit einer bewaffneten Wache unterwegs. Ihr deckt außen, wir sichern die Gebäude. Verstanden? 07, verstanden. Bewaffnete Wache. Wir sichern das Gebiet, damit ihr rein könnt. Bereithalten. Verstanden. TV, scanne nach Zielen mit einer bewaffneten Wache. Finden wir diesen Mistkerl. Zivilisten in der Gegend. Shadow 1, ein Truck verlässt die Stelle und fährt nach Westen. Bestätigt. TV, verfolgt das Fahrzeug. Der Truck bewegt sich jetzt in südwestlicher Richtung auf dem Feldweg. Vor ihnen sind Unbekannte. Sieht nach noch mehr Bauern aus. Warte. Sieht ihr irgendwelche Waffen? Negativ. Keine Waffen, keine Wachen. Verstanden. Scannt weiter. Der Truck hat gerade auf dem Weg angehalten. Shadow 1, wir haben Ziel im Gewächshaus Nordwestlich von uns. Markieren jetzt. Kümmert euch nicht um den Truck. Zurück zum Gewächshaus. TV, auf diese Gruppe ranzoomen. Ich will Identifikation von Hassan. Das Gewächshaus hat Priorität. Zurück zum Gebäude. Ich hoffe, euch geht es soweit allen gut. Ja. 07, keine Sicht auf das Ziel. Wie lautet der Befehl? Der Arme-Komboi holt auf. Wir gehen rein. Wenn er flieht, nehmt ihn ins Visier. Graves, grünes Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden. Nur bewaffnete Einheiten. Nutzt 25 Millimeter, um Kollateralschäden zu minimieren. Machen wir etwas Musik. Feuer frei. Ich liebe den Schall. OBS. Oh nein, falsch. Sie überprüfen. Zivilisten im Gebiet. Nicht auf die Gebäude feuern. Oh, Diggi. Ich war wieder zu grob. Das Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden. Nur bewaffnete Einheiten. Ich liebe diesen Scheiß. Feuer frei. Getroffen. Schützer. Haben wir noch weitere Einheiten in der Gegend? Keine Aktivität. 07, alle Sichtwarnziele ausgeschaltet. Over. Shadow 1 bestätigt. Wir sichern zuerst die Stelle. Markieren jetzt. Ziel erfasst. 07, Markierung bestätigt. Grünes Licht. Weiter. Shadow 1. Wir bewegen uns jetzt. Wenn das Ziel abhaut, sagt uns Bescheid. Shadow 1 bestätigt. Soap, sichere die rechte Seite. Hei. Vorstoß. Ja, jetzt switchen wir bestimmt gleich. Ich soll jetzt in der Zahnmaß. Icox, der Futter. Auf Flüchtiger achten. Da unten sind eine Frau und ein Kind. Nicht schießen. Kindeskarte kann gerade aus den Stellen. Gerne nach Hashtan. Lande ab. Zu Sichtkontakt. Negativ. Verwaffnete Einheiten. Roger. Feuer von Zivilisten fernhaft. Negativ für Hashtan. Bereich ist trocken. Mehrere Fahrzeuge nähern sich von Süden. Feindliche Truppen bewegen sich auf die Stelle zu. Ghost verstanden. Der war von mir, was? Der war aus dem Gebäude. Gerne. Unterwegs. Graves, wir sind raus. Mach das Gebäude flach. Jetzt. Volk 7, verstanden. Nahfeuer. Die W grünes Licht für 50 Millimeter. Z1, gut geschossen. Rückens im Gewächshaus im Westen vor. Weitere Truppen im Gewächshaus An alle Einheiten, Bewaffnete im Gewächshaus Kontakt Nicht schießen Hassan könnte drin sein TV, hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Bestätigt, Sekunde TV, hier abschalten und das Gewächshaus nach Hassan abnehmen Ach, Diggi, dein Ernst? Ich hab ganz dezent Gewächshaus An alle Einheiten, Bewaffnete im Gewächshaus Kontakt Nicht schießen Hassan könnte drin sein TV, hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Bestätigt, Sekunde Liegt der immer noch? TV, hier abschalten und das Gewächshaus nach Hassan abscannen TV, auf Farbenmodus gehen Das Gewächshaus nach Hassan abscannen Ist hier ein Hass Krass Anscheinend nur bewaffnete Einheiten Ghost, halt deine Leute zurück Greifen das Gewächshaus an Verstanden TV, Freigabe das Gewächshaus platt zu machen Roger, Roger Shadow 1, guter Treffer aufs Ziel Wir rücken vor Roger, 07 Wir sind am Arsch Ausscheiden Wo steckt der Wächser? Er muss in der Anlage sein Shadow 1, wann trifft dieser Konvoi ein? 07, Konvoi ist 6 Kilometer entfernt Behalte euch und sichert Exfiltration Ich kontaktiere Rosolfo Macht das Graves, bereiten Exfiltration vor Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel Bestätigen Bewegung in der Anlage 07, bestätigt Position halten, bis wir das Gebiet gesichert haben Roger Shadow 1, Truppenkontakt Raketen wird verscht Den Wasserturm zerstört Weißliche Truppen lehren nicht schnell Shadow 1, Ziele sieben beim Wasserturm Sind unser Raketen beschutzt vom Wasserturm Schießt auf ihn Verlaufen welche in den Truppen Mach Kleinwissen heraus Auf Aktivität achten Gesichert Ghost, da regt sich nichts mehr Wie ist euer Status? Ihm geht's gut Die Kugel ist nicht Gute, dass du besser zielst als die Verstanden, 07 Achtung, bis zur Anlage ist der Weg frei Aber das Tor ist versperrt Verstanden, verschafft uns Zugang Wir machen euch die Tür auf Sekunde Keine Wirkung Schießt mit einer Rakete oder dem 40 Millimeter auf das Tor Jetzt geht's los TV schießt an der Rakete oder 40 Millimeter auf das Tor Guter Treffer aus dem Ziel Ghost, Tür ist offen, ihr könnt weiter Verstanden, rücken vor Feindliche Einheiten auf dem Hof Gebt unseren Leuten vor der Schuss Tschüss Brut Bam Sorry Bro Das war ein bisschen too much Ja, aber jetzt geht's los, wetten wir? Achtung, Konvoi ist drei Kilometer entfernt Beeilt euch Bestätigt Alejandro, was ist mit der Exfiltration? Noch fünf Minuten Das wird knapp Also dann tun wir's Brechen durch Yah! Man先 rüber! Celebration 1 Partan ist nicht identifiziert Er geht nach oben Grave, er verlässt den ersten Stock Im Nordwesten Wände geschossen. Guter Angriff. Shadow 1 nicht schießen, verdammt! Mehr feindliche Truppen auf dem Hof. Zielperson möglicherweise identifiziert. Ich reingelaufen. Alle ausschalten. Ja, das ist Hassan. Zielperson ist jetzt drin. Südwestliches Gebäude. Erster Stock. Unsere Leute machen das. Dick umgeben. Wer seid ihr verdammt? Shadow 1, wir haben Hassan identifiziert. Ich bin daneben dran. Shadow 1, wir geben euch Deckung. Shadow 1, wir geben euch Deckung. Ich wiederhole, Jackpot. Zielperson in Gewahrsam. 07 verstanden. Wie steht es um die Evakuierung? Jedes Weg dort 1, 1. Evakuierung ist 2 Minuten. An alle Shadows. Der Militärkonvoi nähert sich dem Einsatzgebiet. Roger. An alle Einheiten. Achtung. Konvoi nähert sich dem Zielgebiet. Darf ich schießen? Bestätigt Shadow 1. Gut beobachtet. Alejandro, wie geht es weiter? Die gehöre zum Kartell. Ihr habt Angriffsfreigabe. Shadow, bitte komm. Verstanden. An alle Shadows. Mexikanische Armee gehört reinzelt. Mann, sammelt euch mal in einen Punkt. TV, du hast Feuerfreigabe auf dem Konvoi. Alright. Entschüss. Stéând. Wait. Was ist meine da? Ich habe mich schon gewundert, warum steht das da in blau und so? Oh, dein Ernst, Digga. Final Flash, einfach. Oho, der war nice. Achso, ich muss wieder die Kompress. An alle Einheiten. Keine Ziele mehr zu sehen. Ihr könnt fortfahren. Held Sie mir. Ich will direkt ihr nicht auf dem Weg. Egal. Oh. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Immer zur nächsten Zeit, Kanal. Hält deinen Arsch nicht zurück. Wir könnten auf Widerstand stoßen. Es ist aber Luftunterstützung. Wir schaffen es. Das war's. Los. Shadow 1, Paket gesichert. Es geht zurück zur Basis. Köder auswerfen und an Land ziehen. So will ich das haben, Shadows. Oh, ich liebe diesen Scheiß. Und Funkverbindung zum General. Chat. Graves, ich höre. Gute Neuigkeiten. Und Op. Wir bringen ihn in diesem Moment in die Basis. Beeilung. Wir können ihn nicht lange festhalten. Roger. Mehr in unserer Stadt im Norden. Warten ab. Achtung. Verbündete haben auf der Straße gehalten. Alle Einheiten. Was dauert denn da so lange? Zero 1. Aktivität an der Tankstelle voraus. Könnte Kartell sein. Markieren jetzt. Okay. Wir erkunden das Gebiet. Bereithalten. TV. Wir brauchen Sicht auf die Tankstelle. Pronto. Sicht bestätigt. Navigation. Overlay-ID auf Tankstelle platzieren. O-ID platziert. Mehrere Unbekannte im Gebiet. Scan nach Waffen. Sieh, ob das Kartell Ärger will. Keine Waffen gesichtet. Mehr Unbekannte südlich der Tankstelle. Packen wir die Sache an. Roger, Roger. Da überquert einer die Straße. Asta Minka, treibt er da? Shadow 1. Wir haben hier ein Problem. Geh und stehen weg. Rodelo, Rodelo, fahr herum. Asta la vista. Verwaffnete an der Kreuzung. Das ist ein verdammter Hinterhalt. Baby. TV an den Abflug. Schützt unsere Läuste. Verbündete scheinen sich zu bewegen. Rechung. Rechung. Alle Reiseiten. Nachfeuer. Verstand in Stortersbericht sein möglich. Shadow 1. Alles okay. Keine Verluste. Hassan ist gesichert. 07 verstanden. Gernovagas. Wie lautet der Befehl? 701. Wir beziehen Strecke im Gebäude Ritteros. Over. Verstanden. Aber wir haben die Haft. Gebäude zu drücken. Oh, sorry. Guter Schutz. Navigation. Das Gebäude markiert. Sicher. Aufpassen. Zivilisten verlassen das Einsatzgebiet. Wir suchen das Weise. Besser für Sie. Verbündete gesichtet. Auf dem Dach des Restaurants. Rodolfo, ruft die Helikopter. Kopiado. Hier ist Victor 3.1. Er bitte sofortige Evakuierung. Wache ihre Position auf dem Dach des Restaurants in 0 Meter. Oh, wo ist... Du bist so großartig. Du gehst dein Ernst? Wo? Shadow 1. Stehen unter Raketenbeschuss von Osten. Wir markieren. Verstanden. Reißen an. Raketenwerfer gesichtet. Da bist du ja. Raketenwerfer. Achtung! Verstehen wir mal die Kirche. Okay, Kirche. TV, Kartell angreifen. Aber nicht auf die Kirche feuern. Da könnten Zivilisten drin sein. Erste 3.1 ist verstanden. Fünf Minuten. Raketenwerfer. Alle Einheiten. Die Flögel sind unterwegs. Fünf Minuten. Raketenwerfer. Gute Angriffe. Raketenwerfer. Trenwerfer. Raketenwerfer. Runter! Fahrzeuge nähern sich aus Nord-Asten. Beim Friedhof. Oh, Tiefenwerfer. Stuhl. Kontakt! Ich dachte, das wären meine, Dinger. Der Arsch hier. Die Shadows, Fahrzeuge nähern sich dem Fußballplatz. Südwesten. Bravo 7-1, Erlaubnis, Hassan das Molte-Stopfen erteilt. Verschuss! Südweste! Ja. Superplatz. Verstanden. TV, diese Mörser-Stellungen angreifen. Molte-Team ausgescheißen. Gut geschossen. Feindliche Personen im Südwesten. Angriffsfreigabe auf alle. Gute Einschärfung. Luftabwehr gesichtet. Öffne ich auf alle. Oh. Feindliche Personen im Südwesten. Angriffsfreigabe auf alle. Gute Einschärfung. Luftabwehr gesichtet. Öffne ich vom Südwesten. Soldaten bewegen sich jetzt nach Nordosten. Guter Angriff. Treffer. Alejandro, wo ist die Evakuierung? Wir sind fast leer geschossen hier. Noch eine Minute. Alter, Digger ist halt gut. Feindkörper eingesetzt. Digger an den Fußballplatz. Uffschrauber nähert sich aus Südwesten. Sie checken alles, was sie haben. Wir setzen der Korruption an nur einem Nachmittag an Ende. Noch drei Magazinen. Ich hab noch zwei. Was ist geschossen? Rakete im Anflug. Hörschrauber eingesetzt. Hörschrauber. Warte rein. Hörschrauber unterwegt. Hörschrauber. Wir wurden erfasst. Hörschrauber. Hörschrauber unterwegt. Was ist der boi? Hörschrauber nach laut. Hörschrauber nach Luftabwehr. Ja, so geht das. Werden aus Süden beschossen. Bei der Schule. Sichtkontakt zur Luftabwehr-Team. Westlich des Schulgebäudes. Kartell beim Schulgebäude. Wo hast du denn, kleiner boi? An alle Einheiten hier, Headshot 3-1. Wir nähern uns von Südwesten. Noch 30 Sekunden. Hörschrauber unterwegt. Headshot 3-1 hier, Shadow 1. Verstetigt. Verbündete auf dem Dach des Restaurantgebäudes. Die Landeszone wird heiß. Wir bleiben auf Position und geben Deckung, okay? Verstanden. Wir sind unterwegs. 3-1 Ende. Abflug in 30 Sekunden. Verstanden. Sichtkontakt zur Luftabwehr-Team. Nördlich der Brücke. Hier. Das letzte. Wir wurden erfasst. Hörschrauber eingesetzt. Rafe, unser Ausgang wird von einem Panzerwagen blockiert. Erbitten Luftunterstützung. Die W, die Fahrzeuge an der. Verstehen wir, verstehen wir! Wir sind jetzt eine 400-Hasser mit uns. Nachschuldigung, unsere Fahrzeuge überqueren die Brücke. Der Fahrzeuge überqueren die Brücke. Paschburgst du langsam? Paketermann-Truf. Hörschrauber raus. Oh, Digger. So viel dazu. 3-1 Ende. 4-1 Ende. Die Wadden auf euch. 5-9 Ende. Wir verschwinden, los! Okay, bin unterwegs. Robiador. Gott sei Dank. Verstanden. Bravo 07, alles zugemacht. Hörschrauber. Verstanden. Wir sind unterwegt. 3-1! Das sollte dem Kartell eine Lerde sein, ja? Oh ja, Hermann. Sie haben heute mehr als nur Soldaten verloren. Und zwar ihren Ruf. Das bricht sich schnell in der Talmas rum. 3-1, Sie bereit. Shadow 1, Hedgehammer 3-1. Einhaken und Fracht sind gesichert. Gehen zur Basis zurück. Jihau, 3-1, bestätigt. Shadow drücken ab. 2-1, bestätigt. Nein. Typisch. Dann spreche ich euer Bastard-Mittelalter-Englisch. Denn ihr seid alle ungebildete Hunde. Also, wir legen hier einen miesen Start hin, Hassan. Du redest mit einem Kutzoffizier. Du kommandierst eine fremde Terrororganisation. Das gleiche gilt für dich. Was ist euer Ziel, Offizier? Was war das Ziel beim Beschuss auf mein Land? Na, vermutlich dein kleiner Arsch. Verlogen und unverschämt. Du wirst mich noch respektieren, wenn deine Nation brennt. Du spielst mit einem Kartell, Hassan. Und wenn du verschwindest, niemand wüsste, wo deine beschissenen Überreste sind. Ich wette, ihr würdet mich nur zu gerne foltern. Woher stammen die amerikanischen Marschflugkörper? Mir ist egal, woher sie stammen. Ich will wissen, wohin sie gehen. Sieh dich um, Hassan. Entweder gibt es eine Raubtierfütterung oder du redest. Ich bin eine Geisel. Das ist illegal. Du bist ein Kriegsgefangener. Iran ist nicht im Krieg mit Mexiko. Ich breche keine Gesetze. Dieser Mann und seine Leute sind die Gesetzesbrecher. Du und dein geliebter General Gorbrani habt jedes... Sprich seinen Namen nicht aus! Ihr habt ihn ermordet und werdet dafür büßen. Ich will den Bastard entweder hinter Gittern sehen oder ganz, ganz tief unter der Erde. General, Hassan zu töten ist ein Kriegsverbrechen. Ihn festzuhalten illegal. Wir müssen ihn vorerst gehen lassen. Sagen Sie mir, Sie haben etwas Greifbares, Laswell. Ich arbeite daran. Moment. General, lassen Sie mich das beenden. Mir wäre nichts lieber, aber... Laswell hat recht. Ohne Beweise müssen wir ihn gehen lassen und beschatten. Wir haben ihn. Das ist nicht Ihr Ernst. Leider doch, Junge. War was auf seinem Telefon? Positiv. Ich habe was. Gut. Jetzt bringen Sie ihn zurück und lassen Sie ihn gehen. Los, geh mir! Die Daten, die wir in Mexiko auf Hassans Handy gefunden haben, kamen von einer Funkzelle aus Spanien. Er hat mit irgendwem dort telefoniert, als wir ihn gefasst haben. Das Signal kam aus einem Bruthaus, das einem Schmuggelkartell gehört. Es liegt abgelegen vor der Küste. Gutes Versteck für illegale Fracht. Einschließlich Raketen. Wir müssen vor Ort nachsehen, ob die Raketen dort sind. Bilder zeigen vier Gebäude und einen Leuchtturm. Wir müssen da rein. Alles wird aber vom Kartell bewacht. Das hohe Gras bietet Tarnung. Mit der richtigen Ausrüstung. Tarnanzüge. Genau. Ich achte auf Aktivität an der Küste und warte mit einem Boot. Du solltest da draußen nicht allein sein, Kate. Einer ist keiner. Und drei sind schon zu viel. Wir haben keine Befugnis, John. Keiner darf uns bemerken. Der Einsatz ist nicht autorisiert. Und höchst inoffiziell. Ich melde mich, wenn ich in Position bin. Finden wir diese Raketen, bevor Hassan sie gegen uns wendet. Watcher 1 an Bravo. Bin in Position. Einen halben Kilometer vor der Küste. Gebäude erkennbar. Status? Wir sind in Schussposition. Sicht auf zwei bewaffnete Ziele versteckt im Feld. Grünes Licht. Ausschalten, wenn möglich. Roger. Warten. Gas. Kein Wind. 200 Meter. Mein Zeichen. Oh shit. Bravo. Wie sieht's aus? Ruki zuki. Erledigt. Bravo, der Status. Treffer, Watcher. Zwei tot. Sehr gut. Rückt vor und sieht, was ihr rausfindet. Mobile Patrouillen und ein Bodenteam vor uns. Visierer an, Sergeant. Sehen wir mit was wir es zu tun haben? Ich sehe sie. Kartell? Vermutlich. Schleichen wir uns an ihnen vorbei. Mal sehen, was sie vor uns verbergen. Bleib unten zwischen den Gräsern. Wir müssen nicht kämpfen. Oh man Leute. Kennt ihr noch diese Mission bei Mono... Was war denn das für ein Teil eigentlich? Wo wir da... Also wo man in Chernobyl ist. Ich glaube Mono Warfare 1 war. Oder auch mit Soap und Price. Unterwegs, Laszor. Kartellwachen im Einsatz. Die war so krass die Mission. So, ich dachte ich würde da jemanden sehen, aber an den nächsten Pfeiler. Da. Erwischt. Guter Scheiß. Vorrücken. Bleib bei mir. Ei, ei Kapität. Bravo, hier Watcher. Wie ist euer Status? In der Nähe der Winterhäuser. Verstanden. Begebt euch zur Baumgrenze vor euch. Sie wird etwas Deckung geben. Bestätigt. Moment. Da kommen Fahrzeuge. Siehst du das? Containertruck. Ja. Richtige Größe für eine Rakete. Folgen wir ihm. Moment. Drei andere sehen ihn. Die könnten weggehen. Bravo an Watcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Deswegen sind wir hier. Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Dranbleiben. Okay. Ende. Tonne unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Ja. Nach dir. Kartelle und Terroristen. Komische Kommi, oder? Die Grafik wieder so top, ey. Terroristen geht es um die Vergangenheit. Ich feier das richtig. Markus um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Reviere und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend an. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Kindersoldaten lassen grüßen. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Duck dich und sei unauffällig. Bin ich jetzt geduckt, oder nicht? Warte, Aktivität. Komm näher. Kleine Patrouille. Direkt vor uns. Da war auch gerade einer da. Der Tod, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Versteck die Wassergas. Versuche, ihre Wege vorauszuahnen. So was, liebe ich, ey. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Das gab es ja schon öfters. Das COD. Hallo. Und ja, also, wie gesagt, Wolted War hat mir auch richtig Spaß gemacht, ey. Ich habe mich bewegt und dann hat es vibriert. Ich bedrohe nicht, ich gebe Garantie. Warte, Aktivität, komm näher. Kleine Patrouille, direkt vor uns. Ich mache jetzt Trick 17. Ich gehe hier hin. Ich sehe zwar nichts mehr, aber egal. Versuche, ihre Wege vorauszuahnen. Yo. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Ich bin eins mit der Natur. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. Ja. Oh, Mann, ey. Ich wollte es gerade sagen. Es ist meistens so, wenn du dich dahin legst oder stellst, also bunkerst, dann gehen die zufällig da lang. Ja. Meine Aktivität, komm näher. Kleine Patrouille, direkt vor uns. Hier geht's hinter Price. Ist mir egal. Ich bin eins mit Price. Bleib stehen, Bro. Versuche, ihre Wege vorauszuahnen. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. Dann dieses Zweite-Welt-Krieg-Setting immer. Boah, Digga, da musste man auch krauchen und alles. Und dann die Panzer und ich denke mir, toll. Aber Karabiner, ey, das war meine Lieblingswaffe. Also Lieblingsgewehr. Halbautomatisch. Halbautomatisch. Bitte nicht berühren, Bro. Bitte nicht berühren. Alter, Diggi. Ich dachte mir gerade... Oh, das wird haar-scharf. Stattdessen... Oh, finito. Warte, Aktivität. Komm näher. Kleine Patrouille, direkt vor uns. Das wird doch schief gehen. Versuche, ihre Wege vorauszuahnen. Ich geb mir mehr Mühe. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Ja. Muss ich. Keine schnellen Bewegungen. Ich werde jetzt bei hier rechts bleiben erst mal. Und wenn die ersten vorbeigelaufen sind, werde ich ein bisschen mehr nach links driften. Was das klappt. Theorie und Praxis, ihr wisst Bescheid. Also da sind jetzt mehr geworden. Na, ich glaube, die sind gegangen. Und dann kommt der eine, ne? Da sehe ich den schon rechts. Der da, ja, rechts, genau. Nein, nein. Okay. Hätte sein können, dass er über mein Bein stolpert. Oder mein Fuß. Oder meinen kleinen Seen. Warte, das ist M8-2. Benutze dein Thermalvisier. Ja, Bro. Starts. Mit deinem Thermalvisier siehst du, was ich markiere. Verstanden. Sichtkontakt. Du nimmst ihn. Ich den anderen. Eliminiert. Saubere Schüsse. Wir können weiter. Guess. Das Gebäude voraus. Draußen ist niemand. Aber drinnen vielleicht. Hm. Stimmt. Gut, ja, aufstehen. Aber, okay. Was Price macht, machen wir auch. Captain Price. Ich überprüfe das Gebäude mit deinem Herzschlagsensor. Was? Ah, cool. Ja, mein Rucksack ist jetzt gecheckt, Dickie. Achso, mit der rechten Taste. Okay. Das ist auch mal hoch. L1, Herzschule, Anzeige. Okay. Sicher. Drinnen ist nichts. Roger. In Bewegung bleiben. Lauf hier rum mit meinem Tablet erinnern. Offenbar sind sie stehen geblieben. Nicht angreifen. Da kommen wir unbemerkt vorbei. Okay. Zuerst du, oder soll ich vor? Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Verstanden. Ich halte nach ihm Ausschau. In Bewegung bleiben. Lädt ich machen. Baumgrenze voraus. Rüber da. Ja. 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 Die Bäume bieten uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Gestätigt. Was ist deine Lieblingswaffe? Hab keine. Für jeden Job gibt es das richtige Werkzeug. Gesprochen wie eine echte Kriegerin, Leswar. Was ist deine, Kyle? Ähm. Mehr. Mehr. Ja, Schrotflinte einfach. Schrotflinte. Die Schrotflinte. Mit Karabiner. Oh ja. Ich muss schon sagen, eine echte Kennerin, Leswell. Bin zwar keine Schützin, aber mit Waffen vertraut, Gass. Wir sind fast da. Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Wer ist erster? Ich oder er? Ey. Lass mich gewinnen. Ich packe die Waffe weg, bin ich schneller? Ey. So ein Bett drin erstmal. Ne, stimmt. Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Verstanden. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da heißt. Ei, ei. Ich hab mich dir. Heilige Scheiße, Käpt'n. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Benutze deinen variablen Zoom von hier. Das ist weit weg. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Watcher, wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Vorsicht. Er ist im Blick von drei anderen. Vielleicht führen sie auseinander. Er ist alarmiert. Oh, shit. Oh. Zehen sich zurück. Verschaffsschützen müssen sie in Deckung gehen. Zivilisten. Denke ich mal. Schütze eliminiert. Das ist halt nicht wie früher auf jeden Fall, aber richtig nice, Digga. Macht mir echt fun. Wow. Sie feuern Merser. In Bewegung bleiben, Sergeant. Bewegung bleiben? Neue Position, aber bleib in Deckung, Gas. Oder sie sehen dich. Zu spät, Bro. Ich glaub, die haben mich schon gecheckt. Schießen und bewegen, Sergeant. Aber halte Abstand. Schießen und bewegen, Sergeant. Aber halte Abstand. Okay, mach ich. Alter. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist. Roger, Roger. Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Roger, wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Was ist denn? Verkackt, Digga? Ah, das war wie damals, Digga. Wie damals. Da muss es nur noch die Wundfustung. Stärke und alles messen. Oh, shit, Digga. Warum immer mich? Die, 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 okay, die spüren das. Also, die sind diese Kronen, die drauf. Das ist immer voll shit, ey. Weißt du, ich bin da. Knall drauf los. Ja, Digga. Digga, wie soll ich schießen? Ah, okay, gut. Finde einen Platz im Gras. Ich mach das, was wir haben. Ich weiß, wie was da ist. Oh, Digga. Kann sich ja nur um Stunden handeln, war. So, das waren die. Da war einer, da kriegt's so viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Benutze deinen variablen Zoom von hier. Das ist weit weg. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Roger, wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fang mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Vorsicht, er ist im Blick von drei Anfragen. Ah, nein. Mist, er hat einen Schuss gehört. Nein. Okay, press. Jetzt zeigt mir. Jetzt zeigt's mir. Wo soll ich hin? Oh, jetzt wird's ernst, Bro. Sie feuern Mörser. In Bewegung bleiben, Sergeant. Oh, jetzt geh ich extra hin. Aber bleib in Deckung, Gas, oder sie sehen dich. Ich bin auch hier in Deckung. Hoffentlich. Digga, das ist doch... Wovor denn? Abstand? Oh, dein Ernst? Ja, okay. Das ist halt wieder ein bisschen... Nein, auf realistisch. Shit, Digga. Das sollten wir nochmal üben hier, wa? Mit dem Scharfschützengewehr. Jetzt krabbel ich mal hier hin. Schütze eliminiert. Egal, das war doch wieder klar, Bro. Getroffen. Egal, press, mach das schon. Ich muss nur ein bisschen Zeitchen... Da passt das. Wow. Guck... Die kommt doch schon genau auf mich zu. Gefühlt. Haben die da irgendein System? Egal, ich bin noch ein bisschen schluss. Gib dir Mühe, Bro. Digga. Alter. Sieht schon echt nice aus. Jetzt schießen die auch mal da. Auf die Seite ist auch nicht verkehrt. Ah, ey, ich kann nicht mehr. Ich renne einfach. Ich hab keinen Bock mehr. Sowas triggert einen voll. Ja. Schauen wir mal, wer da ist. Am liebsten, Digga, ich glaub, Leute, ich stürm da gleich los, ey. Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Watcher, wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Zwei andere können ihn sehen. Such eine Stelle um zwei mit einer Kugel aufzuhalten. Nein, fucking ernst? War auf meine Entfernungsangabe und halte vor dein Ziel, wenn es sich bewegt. Ausgeräuchert. Wir haben es noch drauf. Okay. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Du nimmst einen, ich den anderen. Kompetiere zweieinhalb Striche für Geschossabfall. Das war's für ihn. Guter Scheiß. Er ist ganz allein. Drei Striche für Geschossabfall. Direkt ins Ziel. Netter Schuss. Übung macht den Meister, Leute. Schaltet zwei auf einmal aus. Ich nehm den anderen. Vier Striche. Die Striche. Mann, ich hab verkackt. Er ist am Boden. Sie ziehen sich zurück. Bei Schaffschützen müssen sie in Deckung gehen. Jetzt könnt ihr mich ja mal ausschlicken, ey. Schütze eliminiert. Die sind am besten dahinter, ey. Tschüss. Auf ganz, ganz, ganz. Ich bin mir sicher. Neue Position, aber bleib in Deckung, Gas. Oder sie sehnt dich. Mich sieht keiner hier. Hoffentlich. Bin hinter der Mauer. Schießen und bewegen, Sergeant. Aber halte Abstand. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ach, direkt ins Ziel. Netter Schuss. Oh, hat gespeichert sogar. Nice. Für ganz, äh, ja. Gute Scharfschützen unter uns. Na gut, dann. Das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Was haben Zivilisten hier zu suchen? Dieser Brutplatz ist in Betrieb. Jemand muss die Fische füttern. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Okay. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Schaltet zwei auf einmal aus. Ich nehme den anderen. Erledige ihn. Sein Volk gehört mir. Dreieinhalb Striche. Oh, shit, du. Das war... Ja. Schaltet die zwei gleichzeitig aus. Ich nehme ihren Freund. Erstmal nach, Lampeo. Ich kenne mein Glück. Mist, er hat einen Schuss gehört. In Bock mehr, Mann. Schütze eliminiert. Sie ziehen sich zurück. Bei Scharfschützen müssen sie in Deckung gehen. Er ist am Boden. Die feuern Mörser. In Bewegung bleiben, Sergeant. Neue Position. Aber bleib in Deckung, Gas. Oder sie sehnt dich. Jetzt rennt er auch mal, ja? Ich hab kein... Ey, sowas triggert einen, wirklich, ja. Aber das ist ja das Geile an dem Spiel. Er ist allein. Zweieinhalb Striche. Unten nach oben. Hab ihn getroffen. Die Jagd auf Sicarius ist eröffnet. Abwarten. Der andere ist weg. Er gehört dir. Mist, er hat einen Schuss gehört. Ah, jetzt muss ich nachladen. Digga, scheiße. Sie ziehen sich zurück. Bei Schaffschützen müssen sie in Deckung gehen. Ah, das ist so meine Schwäche, wa? Hält am Boden. Ähm. Fahnenkreuz. Fahnen gleich zu der... Äh, Luft. Scheiße, Digga, scheiße. Ich bleib in Bewegung, Bro. Ich bleib in Deckung, Bro. Mich sieht keiner auf der Straße. Ich bin eins mit der Natur, Bro. Schießen und bewegen, Sergeant. Aber halte Abstand. Getroffen. Stimmig. Mann! Ich kann nicht mehr. Hab ihn getroffen. Die Jagd auf Sicarius ist eröffnet. Die sind ja schlimmer wie ich, ey. So. Ne? Einfach random in die Menge ballern, Diggi. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Ach, ich werd eh verkacken. Schaltet zwei auf einmal aus. Ich nehm den anderen. Vier Striche. War doch klar, Mann. Ich... Ach, schick. 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 Getroffen. Sie ziehen sich zurück. Bei Schaffschützen müssen Sie in Deckung gehen. Ich weiss, ich bin wieder Lebensspiel. Schick eliminiert. Oh ja, Kapitän. Neue Position. Aber bleib in Deckung, Gass. Oder sie sehen dich. Diggi. Diggi. Die sehen mich so schon. Die spüren mich einfach. Die spüren, wie schlecht ich bin. Schießen und bewegen, Sergeant. Aber halt ab. Schießen und bewegen. Alter, Diggi. Vergiss mal. Oh man. Alter. Hab ihn getroffen. Ganz ehrlich, kann ich nicht einfach noch näher dran gehen? Weißt du, ich mach einen auf Stealth Gamer. Einfach ran, zack, Diggi. Undercover und so. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Okay. Das waren die Zivilisten nach links. Das ist mir noch zu weit. Einer ist weg. Noch drei. Gibt's eine Stelle, um zwei auf einmal anzuvisieren? Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Ich versuche mein Glück, aber seien wir doch mal ehrlich. Digga, wie soll ich denn da laufen? Na gut, die Map ist groß. Also von daher. Alles bereit. Zweieinhalb Striche. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Der eine kommt wieder zurück da. Schalte zwei auf einmal aus. Ich nehme den anderen. Drei Striche. Ist da noch einer, ja? Drei Striche. Ich glaube, das bringt nichts. Drei Striche. Abwarten. Ach so, es sind doch drei. Ihr Kumpel ist weg. Du ein, ich ein. Warte. Ein dritter kommt in Sichtweite. Suche eine Stelle, wo du zwei mit einem Schuss erledigen kannst. Schalte die zwei gleichzeitig aus. Ich nehme ihren Freund. Zweieinhalb Striche. Es wird doch schief gehen. Okay. Zweieinhalb Striche. Zweieinhalb Striche. Danach werde ich gleich eh wieder drauf gehen. Und dann denke ich mir, toll. Zweieinhalb Striche. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Boah. Jetzt kommt... Doch, Dicker. Ich kann nicht mehr. Jetzt kam der Boy wieder, ja? Einer ist weg. Noch drei. Gibt's eine Stelle, um zwei auf einmal anzuvisieren? Hab ihn. Verdammt guter Schuss. Danke. Es ist neuer. Zwei Striche. Das war's. Sein Tag ist vorbei. Ja. Übung macht der Meister. Ein COD, ne? Das ist so. Jetzt bin ich ein bisschen zu weit, ähm, nach unten. Er ist allein. Zweieinhalb Striche. Ein Todesfall. Mieser Tag im Büro. Er ist ganz allein. Das war knapp. Das war knapp. Er hätte die Leiche fast entdeckt. Das hab ich mir auch grad gedacht, Bro. Er ist allein. Drei Striche. Okay, das schaff ich nicht. Schaffst du das? Also mein Winkel ist dafür nicht geeignet. Das ist neuer. Drei Striche. Sauberer Treffer. Nicht übel. Ja, von unten halt richtig. Also die Striche von unten. Von der Mitte aus, da unten, äh, abzielen und dann losdrücken. Wo waren denn die ganzen Boys und Girls? Schaltet zwei auf einmal aus. Ich nehm den anderen. Zweieinhalb Striche. Ja, dafür bin ich zu weit nach unten gerannt. Aber wir haben ja Zeit, Bro. Oasis. Drei Striche. Warte. Sergeant. Sergeant ist ja nicht wahr. Crisis dauert ein bisschen. Zweieinhalb Striche. Digga, das muss wieder hoch. Na, wenn man jetzt, sag ich mal, mit einem Scharfschützengewehr, ne? Gut, äh, umgehen kann. Ja, dann, 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 hätte ich auch da oben bleiben können. Aber wie gesagt. Übung macht der Meister. Zwei andere können ihn sehen. Suche eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Also, ich geh mal hier lang. Entweder mach ich die zwei auf einen Streich, oder die zwei. Also, von links nach rechts, oder von, ja. Ja, sonst nach rechts. Nur halt Spiegel verkehrt, okay. Sehr interessant. Bin in Position. Da. Wenn ich da gleich zum Leuchtturm rennen. Was ist denn, sagt zweieinhalb Striche, oder zwei? Na, bei der Arbeit einfach umfallen. Krasser Scheiß. Offenbar taugt der Scharfschützenkuss noch was. Schalte die zwei gleichzeitig aus. Ich nehme ihren Freund. Drei Striche. Zwei, drei. Nein. Im Ernst, Kyle. Was du in der letzten Zeit mal beim Augen hast? Äh, mh, nein. Glück gehabt. So, die sind ja erledigt, das wissen wir ja. Aha. Da geht's weiter. Abgekratzt. Schlechter Tag, um ein Nachwort zu sein. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. Zweieinhalb Striche. Falltreffer. Saubere Schüsse. Und jetzt? Ich glaube, das waren alle wahr? Ja, wollte schon saugen. Ich hab seinen Freund. Erledige ihn. Sein Freund gehört mir. Zwei Striche. Das Kartell beißt ins Gras. Guter Scheiß. Guter Scheiß. Wir sind sicher. Zeit nach unten zu gehen und einen Weg hinein zu finden. Ich geb dir Deckung. Wie ist das hier? Gehen wir zusammen. Zwei sind besser als einer, nicht wahr? Negativ. Das stimmt. Du brauchst Deckung und ich bin der bessere Schütze, Sergeant. Das stimmt. Gas von der Rücksette des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung. Das stimmt. Das stimmt. Ich muss nur was sehen. Die Fahrzeuge. Sie finden dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Wenn du auf ein Feuergefecht aus bist, wirst du es bekommen. Sie tragen Panzerung. Sie lauf den Kopf, wenn du angreifst. Eine Stunde später? Jetzt hab ich die gesehen. Sie ziehen links. Also von links nach rechts. Ah. Ach da, oh. Ah vorne, eh. Kann ich nicht einfach schon weiter rennen? Oder einfach drauf los, Leute? Da rechts ist einer vorne, hier sind zwei. Das ist 5-5-0. Er hat sich das anders überlegt. Ich denke mal, die fahren immer so Stück für Stück, was, nach vorne. Was auch immer wohin, wie auch immer, ist mir egal, Digi. Wir sind gut, hombre. Entendido. Seine Fahrzeug ist auch weiter hier fahren, ach egal, ich krabbel hier runter. Oh, einer sieht mich auf der linken Seite. Also. Ja. 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 Vorsicht, er ist im Blick von drei anderen. Vielleicht gehen sie auseinander. Ganz ehrlich, Leute, das dauert nicht wieder zu lange. Aber ganz ehrlich, wir machen hier einen Cut, damit es spannend bleibt. Und ja, Mann, und dann wird rasiert. Dann stürme ich drauf los. Bis zum nächsten Part und ciao.